Ich bin voll schnell zu. Früher ging die aber voll langsam zu. Oh, da haben wir. Sechsten. Wir sind eins hinten und das ist besser. Eins, ja, ich weiß. Ich filme auf einmal von der ganze Apo. Alter, geil. Ich hab 16. Ich hab einen dritten Maul. Ich hatte einmal 5039 vor der HU gefilmt. Der HU ist 539 geil. Der ist für noch gelder. Mein Lieblingsfahrzug ist 5044. Der fährt hier auch auf meiner Heimatlinie. Der war Sprenger. 42 meiner. Der ist leider der HU. Leider. Und die Türen knallen nicht mehr so. Es ist schade, wenn die in die HU kommen, dass da nichts mehr ist. Die VG ist dumm. Ja, die VG ist dumm, das ist richtig. Die VG bestellt nur neue Schrottuchern. Die Flexity ist besser als die IK. Ja. Die Flexity ist geil. Ja, aber das Ding hier NGT oder so ist geil. Neue Jekati-Philiex. Ja, die Jekati ist auch mal. Digga, hoffentlich schnauzt uns nicht der Fahrer an. Nee, hoffentlich nicht. Hoffentlich nicht. Dann geh mal du erstmal raus. Ich habe ihn geholfen. Bitte aufsteigen. Bitte aufsteigen. Bitte aufsteigen. Bitte aufsteigen. Bitte aufší den Trennen. Bitte aufsteigen! Ich lebe es mal weg. Nein. Oh ja. Lass dem Fahrer in Ruhe. Dick. Lass dem Fahrer in Ruhe. Lass dem Fahrer in Ruhe. Lass dem Fahrer. Lass dem Fahrer in Ruhe.